Pillar of Awesome Pillar of Autumn Ja, das sind wahrscheinlich die Erfolge für Freischalten Ah ja Bei mir bist du nur in der Abschlussserie drin Ja Ich habe scheinbar nichts gemacht Oh boy Das wird ein Abenteuer Die Missionen, die kenne ich auch noch gut Die ist so riesig Also rechentechnisch Ja, ich stehe hier Ich hab's mal aufhören zu labern Sind alle okay, hier, keine Sorge Du wolltest ja nicht sterben, ne? Ja eben Boah, wo ist denn die Pilotin, die gerade noch mit uns geredet hat Ich habe mehrere anfliegende Lange Schöne Achso, Cortana redet mit uns gerade Ah, nicht sprinten Ja Sieht halt geil aus mit dem Halo, ne? Das ist alles künstlich, ne? Ja, ja Kreis geflogen Ja, die ist halt in den Baum rein Guck mal da, wo wir gerade eben abgestürzt sind Da Die wird's bei dir ab Cool Ja, die Benchy Oh, da kommen Grunts Ja Eine Lüte On the Plasma Ja, ich bin down Ich auch Oh, ja, in die mich Minus 464 Deine Mutter Okay Das haben die halt voll drauf, ne? Da merkt man, wie alt das Spiel einfach ist Die Gravitation ist schon besonders, wenn du springst Das ist schon Das sieht schon richtig natürlich aus Ja Das ist auch so lustig hier Wie die Fahrzeuge hier kaputt gehen Das ist Gold wert Du weißt ja, bei Reacher Fliegen die ja in tausend Teile, ne? Ja Hier fallen sie einfach aus dem Himmel Einfach Ja, also die Bremse war so ein bisschen Aber Ja, okay, alter Gib uns doch wenigstens eine Chance Oh Gott, ja, das war eindeutig in der Schot Oh Gott, oh Gott Leute, ich hab ihm ein Headshot gegeben Ja, das war auch eindeutig in Headshot Ja Ja, ja, dem hab ich ein Headshot gegeben Einfach Als ich auf den Grund geschossen hab Ich mein Professionell wie ich bin War nicht mal meine Tension Da ist die Pist Da ist die Aber immer sind wir im Plus-Bereich Ich erfasse den Signalsender einer Rettungskraft Oh Nevermind Toll So, ich hab ihm durch den Schild Ein Headshot gegeben Und er ist umgefallen Ja, das ist, wenn sie extrem low Low-Shield sind Oh Gott Oh, ich kenn hier noch Tricks Glaub ich Aber ich weiß nicht mehr, wo es startet Da Na 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 Wie funktionieren denn hier die Schildträger? So tausend Jahre nicht mehr Oh, lol, ich bin ja gleich down Das kriegst du nicht mit Ah, ja, bin tot Das kriegst du nicht mit Du kriegst nur mit, wenn dein Schild fast lau ist Ja Du bist immer noch nicht da, ne? Nö Jetzt Ja, okay Das ging ja Lol, man spawnt mit einer Plasmapistole Mit einer vollen Plasmapistole Bist du sicher, dass du nicht einfach nur aufgesammelt hast? Ich bin aber ne volle Ja, stimmt eigentlich So, ich brrrt die jetzt einfach immer weg Ja, die Sturmgewehr ist hier besser Ja, die Sturmgewehr ist hier besser Glaub ich Ja, deutlich besser Vor allem, weil die ja so gestunnt werden Beim Hit Augen auf Landungsschiff der Allianz im Anflug Ich könnte hier etwas Hilfe brauchen Vielleicht ist die Taktik hier auch eher so Schild wegballern Und dann einfach mit Mit dem Sturmgewehr rein Bin fast down Bin down Ja, bin da Oh ja, man startet wirklich mit Äh, komplett lost Oder 20 Oh my god Der kann schütt mir die Lieder Da kommen noch mehr Die sind tot, die, äh, die, äh, die ganzen Ja Wieder tot Oh, du bist wieder da? Ja Ich war nicht tot Es war easy, Junge Das war nicht die Musik? Episch Na, so viele Gegner, die jetzt kommen, finde ich auch schon wieder episch Jetzt ist die Falle, wo starten wir? Ah ja! Oh, wo ist das? Mittendrin. Das ist nicht am Anfang, auch nicht am Ende. Als ob der überlebt hat. Wir kommen zum nächsten Mal. Ich schlage vor, dass wir beim Signalsender bleiben und auf Abholung warten. Jetzt wird's wieder episch, ne? Ja. Oder? Ist das schon die? Na ja. Wollen wir, es kommen zwei, ne? Ja. Zwei Schiffe. Sicher zwei, aber eine hebt ab, ne? Ja, das andere landet gerade. Ah ja, ja, es kommen wirklich zwei. Ich bin down. Oh, ich fliege. Ich glaube, dieses Nadelgewehr ist ziemlich strong, das hat gerade einfach das Schild weggefetzt von dem Gegner. Hm. Okay. Nadelgewehr oder man den Niedler? Den Niedler. Ich bin da. Ja. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh. ja ich glaube der geht viel besser durch die schilde durch diesmal hier und die haben auch so ein leichtes homing willst du fahren oder willst du schießen der warthog oder das schießen das hier ist kein natürliches gebildet sehr komisch das kann nur eine hochentwickelte ki herausfinden natürlich das fahren ist viel direkter also da kannst du hier wenn ich jetzt in kurve das ist tausendmal angenehmer also der warthog hat quasi keine masse wir sind gestalkt und tschüss oder 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 ich bin gespawnt ok yo der niedler ist richtig op durchs schild durchgekillt ja dann nicht, da prallen sie ab da prallen sie ab ja oh ja gut dafür gebe ich ihn jetzt auf einen headshot ja nur einfach theoretisch durchfahren können oder ich glaube dass du das überlebt hast ja ich finde also der nadelwerfer der hat was war ein bisschen verspätete explosion und so aber ich glaube den kann man mitnehmen ich drücke mal hier drauf ich denke mir so ich probiere den aus ah first try ja wusste ich i doubt it oh ich wollte hier gerade runterspringen so halbein abgrund ihr habt noch zwei schuss mit dem mila ja ok ich glaube den ganzen weg die wegwerfen ja ja ich nehme mal die waffe mit hier und dass unser warthog sich für die plasmagranate gar nicht interessiert ja nur der fahrer ist explodiert ich bin noch schnell rausgegangen ja auch coole effekte da auf der lichtbrücke oh ja tatsache weil im original bestimmt auch schon da ja bestimmt so geil das schiff ja der warthog hat gar keine masse das ist wie auf sheeden fährst damit so direkt ja ok ja gut musik kannten die ja damals noch nicht so richtig aber musik kannten sie damals schon ja das halo konnte schon immer ja es war ja auch damals microsofts flagschiff so was anderes gab es für den xbox halt nicht was gut war ja gut gibt es jetzt immer noch nicht aber haben sie halt alles was der pc auch hat da liegt ne bia scharfschützengewehr ja ja weniger muni kriegt man ne ich hab 26 schutz plus magazin das heißt 30 ne ne 22 plus 4 also ah ok einfach weniger wenn wir weniger schuss haben trotzdem so viel das ist heftig ja hätte ich ja über oh lol hätte ich ja 50 schuss alter hätten wir den den schädel nicht aktiviert was ist das denn das leuchten da hinten wo ist ein wegpunkt ein pilz also von wegen hier geht es lang die idioten da ist ein weg mal gucken wie viel damage die macht lol ok die sniper ist op durchs schild ja das war damals anders ne du musst ja schauen wie viel damage die macht boahm one shot one shot aber wie kann ich zoomen also ich hab nur zweifach zoomen oder geht auch mehr als ob der ohja hä wie hab ich den einen denn gewoneshottet und jetzt keinen mehr du hast dich getroffen ich treff loih also stimmt ok ja schild weg und dann ja ok ok sobald wir die dingens haben ok selbst grunts sind nicht one hit buddy das ja also die dann nur also sniper nur elite weil jeder gegner ist two hit scheinbar krank also haben wir ja eben gesehen ja wenn ich treffe weil die können ja irgendwie aus ja glaub ich äh ok ich hab'n ne elite war mit ich hab hier nämlich irgendwas entdeckt was ich gar nicht wusste sniper oder was ich hab'n 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 bin' ich bin ich hab'n ich bin wieder da, lol weg na hy ups boah als ob jetzt wieder alle marines tot sind Ja, die sind halt total reingelaufen. So, das ist halt. Ja, jetzt spawst du natürlich nicht mehr. Bist du nicht da, ne? Nee, so viele Feine in der Nähe. Klar. Jetzt bin ich da. Ganz komisch. Eben konnte ich einfach spawnen, obwohl zehn Gegner vor der Tür waren. Ja, du schmeißt einfach deine ganzen Gegner, deine ganzen Waffen einfach weg, wenn du stirbst. Du musst alle wieder einsammeln. Ja, quasi wie Reach. Ja, das schon, aber dass du halt teilweise ohne Waffen spawnst. Ich glaube, das war nur am Anfang, weil wir spawnen ja jetzt mit Waffen. Ja, ja, gut, das stimmt. Ja, warte mal. Ach, was ist mit deiner Sniper denn? Die habe ich gerade wieder so eingesammelt. Ich habe noch neun Schuss. Müssen wir überhaupt machen? Wir hätten die evakuieren sollen. Achso, aber das haben wir nicht geschafft, weil die Leute dumm sind. Anstatt den vorzulassen, der eine dicke Panzerung plus Schild... Ja, anstatt einfach unten... Nö, ich laufe mit meiner Pistole ohne irgendwas rein. Anstatt einfach da unten zu bleiben, so. Ja. Nein, wir gehen aufs offene Feld. Okay, das sieht falsch aus. Bist du sicher? Ja, man, auch schon. Ja, ich glaube ja. Löten aus dem Himmel. Sehr schön. Loop. Gut. Aber ein Secret, Killian. ich glaub so weit gehen die schüsse nicht na komm ja jetzt aber auch den schaden bekommen ja 15.000 punkte müssen wir übrigens kriegen 12 hier rechts gehts noch hoch da leuchtet was da kommen wir da her ne ne da sind ganz viele gegner eine elite down noch einer down hier liegt ne steife am soll ich die nehmen oder oder nehmst du die ja ist glaub ich besser dann haben wir zwei wieviel schluss hast du gekriegt 25 schluss ja und eigentlich was soll hier sonst sein so an geräuschen außer der wind kann man ihn kann man ihn vielleicht überreden was hast du denn für ein gesicht da ist was ganz schief gelaufen komm mal zu mir runter er hat wieder ein normales gesicht das muss ja in der folge mal angucken wenn die wenn wir die ellie machen wenn ich die ellie mal hochlade oder wenn ich da ach du scheiße ja pass auf ne das ding schießt ja ja geht sind die gegner schon da ich hab viermal geschossen und nur einmal getroffen mhm i doubt it Vielen Dank. Also, das Snipern hier ist schon besonders. Ja. Du trägst ein Gun-Shepard auf die Ballad. Die Shepard richtig, ne? Hä? Was sagen, Falk, du Scheiße, Liedermann. Ey, wie die Hit, also die Collision von den Schüssen passt manchmal aber nicht, hab ich das Gefühl. Ja, wie auch das Gefühl. Also, manchmal bist du halt voll drauf, aber Es passiert einfach, oh Gott. Hier bin ich ganz falsch. Der vorbei war. Sind neue gespawnt. Ach, du bist tot? Ne, ne. Es sind neue gespawnt, neue Gegner. Also, es sind neue gespawnt. Bin ich tot. Hä? Jetzt sind sie aber alle weg. Ey, wo sind sie hin? Oh, das sind einfach alle, oh, ne, die sind da hinten alle. Weil das sind ganz schön viele Grunts, kann das sein? Mhm. Zwei Elite da hinten. Oh, lol! Den hast du getroffen. Ne, ne, die sind alle ausgewicht. Die weichen aus. Schuhe. Ja, okay, die musst du wirklich mit zweimal treffen am Körper. Ja. Schon lustig. Hier ist ein One-Shot vor dir. One-Shot-Sniper. Naja, ich bin aber Schilldown. Ich habe auch keine Schuss mehr in meiner Sniper. Ich jetzt auch nicht mehr. Ne, ich bin tot. Unter dir waren halt übelst viele, pass auf. Ja. Und zingeln nicht da, weil die da nicht hochkommen. Oh, guten Tag. Alter, ja, wow, Alter, wuuuuh! Ich hatte noch Schild! Okay. Alter, hier unten noch hat eine Mutter, Mann. Ich mache mir klar, das ist alles von vorne nochmal, ne? Ja, ja. Also ich gehe bei den Eliten jetzt definitiv auf Body-Hit. Naja. Alter, der Sniper auf jeden Fall. Das macht keinen Unterschied. Ja. Und ist halt leichter zu treffen. So, gucken, wie sie das machen mit dem Ausweichen. Weil eben ist, wenn du auf den Kopf zielst, dann können die leichter ausweichen, glaube ich. So, mit so einem Sidestep. Guck mal auch mit hier auf deinen Stein. Jetzt die Sniper-Elite. Ich glaube, wir machen erstmal die Elite raus, oder? Ja, ja. Mal die Elite wegknallen. Wir troffen, ne Eliten. Ja, ich weich gerade den Schüssen des Scheiss. Flugschiffes war aus. Bro, entspann dich. Als ob der nicht getroffen hat. Ich bin tot. Warum bin ich tot? Alter. Mehr Schaden, bitte. Das, äh, das Ding an das Schiff schießt auf dich. Gruppschiff. Bist aber noch nicht wieder da, ne? Ne, ne. Was denkst du denn? Als wenn die so einmal getroffen wurden, dann existiert die Schild-Hitbox anscheinend nicht mehr. Hast du es mal? Hast du es mal? Ich bin wieder da. Nice. Da links. Du hast meine Mutti, glaube ich, auch besonnen. Ist noch nicht schön. Ja. Du bist halt neben mir gestorben. Ja, ja. Da konnte ich nichts gegen machen. Da kommen noch mehr. Ja, ich glaube, drei Wellen oder so. Ich glaube, die Grunts haben hier gar keinen, gar keinen Kopfschutz, ne? Ne. Wie viel Moni hast du zu Snipe, oder? Für Snipe habe ich noch 18. Ne. Irgendwo bei mir hier. Ja, unter mir. Unter dir, warte. Ja, ich sehe sie. Toll. Haben sie sich gegenseitig mit Plasma-Granaten umgebracht? Ah, vier Eliten. Bei dir? Naja. Ich bin tot. Alter, es ist ja wicherlich. Oh. Wir sind alle tot. Alle. Au. Aber ich glaube, ihr habt einen Checkpoint erreicht. Ne, doch nicht. Bruder. Ich mach's mal an, also ich bleib mal hier unten. Dann hab ich deutlich mehr Schussfeld. Selbst hier unten, okay. Hier war er wieder hoch. Ja, ja. Also dann kann ich, dann hab ich mehr Sichtfeld, weil da oben bin ich total auf dem Präsentiert, leider. Ja. Und, äh, ich hab mehr, ja, mehr Blickfeld, sag ich mal. Weil die können da halt relativ schnell in Deckung gehen. Und wenn ich hier stehen bleibe, wo ich jetzt bin, müsste eigentlich gehen. Müsste eigentlich. Ja, da spawnen aber auch mal welche da, wo du gerade bist, ne? Da kommt auch ein Schiff. Ja. Einen der Eliten hat, also der da rumläuft, hat tot. Jetzt kommt das Schiff bei dir. Ich bin der Masterchef, aber ich kann nicht sprinten. Vielleicht kann man die auch schon, während sie in diesem Ding stehen, hitten. Ja, kann man. Okay, von hier oben aber nicht. Hab ich den einen, den du angeballert hast? Der eine noch, der da ist, hat Bauchschild. Na, Headshot. Jetzt kommt wieder, ne? Ja. Aber wo kommt der Schildtyp hier denn her? Ja. Selbst Schildtyp sind nicht One-Hit. Ne. Kommen alle wieder zu dir. Nein, ich verschieße einen Schuss. Also, keine Ahnung, manchmal ist das echt ein bisschen komisch. Ich hab keine Muni mehr für die Snipe. Ich bin tot. Oder? Na, bin ich noch nicht. Okay, ja, ich explodiere. Scheiß Niedler. Ich bin gespawnt. So. Ich habe auch kein Schuss mehr für die Sniper. Ich habe auch kein Schuss mehr für die Sniper. Kommt jetzt noch was? Können wir da einen Gegner übersehen? Ja. Ich meine, jetzt kommt doch immer noch eine Runde. Oh, hier ist einer irgendwie. Aber da kommt, hä? What the fuck? Wo ist denn jetzt? Wo kommen jetzt wieder die drei Eliten her? Ja. War verreckt. Einer ist tot. Ich bin doch im Sack. Und. Irgendwo rechts. Okay, es gibt ein paar schon. Echt? Ja. Wo ist er? Da. Kontrollpunkt abgeschlossen. Echt? Oh. Verstanden. Oh, Herrma. Wir freuen uns schon auf Sie. Kommen Sie, sobald Sie bereit sind. Wir werden die letzte Kapsel suchen. Echt? Echt? Vielen Glück. Kriegen wir jetzt eh eine Belohnung, oder? Nö. Oh ja, boah, es gibt ganz schön heftige Fallschaden. Hier ist noch ein HP-Pack, ne? Da ist HP! Ja, äh, ciao, ne? Oh. Schade. Ja, gut. Easy. Hier geht's. Oh, na gut. Frage ich jetzt mal. Wohin aber? Ja, ist die Frage. Schauen wir mal zurück. Schauen wir hier dann her. Na, ich glaub, hier sind wir richtig. Ja, da oben sitzt er auch gegenüber. Siehst du das denn da vom Berg? Gebt Ruhe, du scheiß Schakal. Meine Fresse, ne. Okay. Schau mal, Ayn. Na, langgeln, genug gedauert. Okay. habe eine elite da und wir sind zwei stück ich bin echt tot ja ich bin weit genug weg auf dem ja kein schild mehr da oben richtig spannend die spannendes gameplay der großteil ist jetzt weg also keine ahnung ja ok da kein problem lauft einfach über muss ich auch wieder nicht verstehen jetzt vor nicht mehr der gegner war zu nah dran siehst du noch gegner links ist noch ein dropship schwebt da so vor sich hin jetzt landet es und wie es da landet und dort links habe ich einen getroffen rechts von uns rechts hinterm stein links getroffen ja der da hat er auch kein schild mehr ein sniper da Ah Ui Was ne Mission, ey Aber Das Gefühl, es geschafft zu haben Ist umso geiler danach Siehst du mich eigentlich bei dir? In den Cuts sind sie ja Ne, ich meine jetzt hier in dem Spielbericht